Wie weit müssen wir den denn noch schleppen? Gib doch genug Zellen. Schmeißen wir ihn doch hier rein. Die könnten Futter gebrauchen. Die? Was ist mit uns? Mein Magen knurrt und sein Fleisch ist so geröstet, wie ich's mag. Ruhe! Ihr beide jammert wie daumenlutschende Grunts. Er kommt nicht ins Gefängnis. Die Hierarchen haben was Besonderes mit ihm vor. Die Lieferungler sind ein東西 oder eine Law-Ausgleiche? Ich bin sehr nett. Wer ist mit dem Schüsse? Der Beschweigerent die Einrichtung. Ich bin sehr transparenz. Er ist mit dem Schüsse. Er ist cztered. Edle Propheten der Wahrheit und Gnade, hier bringe ich den Versager. Sie dürfen gehen, Tartarus. Aber ich dachte... Und nehmen Sie Ihre Brutes mit. Befreit den Gefangenen. Der Rat verurteilt Sie zum Tod durch Erhängen. Dann wird Ihre Leiche in der Stadt ausgestellt. Die endgültige Entscheidung über Ihre Exekution liegt aber bei mir. Ich bin schon tot. In der Tat. Wissen Sie, wo wir sind? Im Mausoleum des Gebieters. Genau. Hier ruht die Vorhut der großen Reise. Alle Gebieter vom ersten zum letzten. Jeder von ihnen erschaffen und gefallen in Zeiten außergewöhnlicher Krisen. Die Zähmung der Jäger! Der Gwandaufstand! Ohne die Gebieter würde die Allianz schon lange nicht mehr existieren. Sogar auf den Knien habe ich kein Recht, hier zu sein. Halos Zerstörung war Ihr Fehler und Sie tragen die Schuld zurecht. Aber der Rat war übereifrig. Wir wissen, dass Sie kein Ketzer sind. Das ist das wahre Gesicht der Ketzerei. Er zerstört unseren Glauben und stachelt zur Rebellion gegen den Hohen Rat an. Das sind falsche Propheten. Öffnet eure Augen, meine Brüder. Sie nutzen den Glauben an unsere Vorväter aus, um uns alle zu vernichten. Die große Reise ist... Dieser Ketzer und alle, die ihm folgen, müssen sterben. Ihre Lügen beleidigen alle, die dem Weg folgen. Was tauge ich noch? Ich kann weder Schiffe noch Truppen in den Kampf führen. So wie es ist, nein. Aber wären sie Gebieter... Sie würden mit unserem Segen diese Ketzerei bekämpfen. Was ist mit dem Rat? Ihre Aufgaben als Gebieter sind gefährlich, selbstmörderisch. Sie werden sterben, wie alle Gebieter vor Ihnen. Deren Überreste werden dem Rat übergeben. Was kann der Gebieter jetzt tun? Als wir der Allianz beitraten, schworen die einen Eid. Wir erfüllen unsere Pflicht. Alle ohne Ausnahme. Bei dem Blut unserer Väter. Bei dem Blut unserer Söhne. Wir schwören die Treue zur Allianz. Treue bis zum letzten Atemzug. Alle, die diesen Eid brechen, sind Ketzer. Verdienen weder Mitleid noch Gnade. Sie nutzen die Konstruktionen der Lords zur Verbreitung ihrer Hüden. Wir werden sie zermalmen wie Dreck. Und unseren Marsch zur Erlösung fortsetzen. Der Panzer steht Ihnen. Das Mahl verwirkt er aber nicht. Nichts vermag das. Sie sind der Gebieter. Der Wille der Propheten. Aber das sind meine Eliten. Ihre Leben zählen für mich. Ihres aber nicht. Da sind wir schon zwei. Amführer, jetzt steht es fest. Der Sturm wird die Anlage treffen. Wir sind längst fort, wenn das geschieht. Wir sind der Arm der Propheten, Gebieter. Und Sie sind das Schwert. Seid still und flink. Da schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Aktive Tarnung einschalten. Zeigt euch erst, wenn der Gebieter den Kampf mit dem Feind aufgenommen hat. Am besten, Sie machen das auch, Gebieter. Aber Vorsicht. Ihr System ist nicht so neu wie unseres. Ihre Tarnung hält nicht ewig vor. Sie jagen, Sie töten. Noch einer hier. Dämonenfackel, auseinander! Sie sind ein Ass im Zielen. Wie lange willst du dich noch verstecken, Feigling? Sie sind ein Ass im Zielen. Das war's für heute. 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 Und... 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 Die Ketzer mobilisieren ihre Luftweithilfe-Gebiete. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf! Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Ich schicke einen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017